Donald Trump verwendet rassistischen Slur gegen Senator, als Kamala Harris die Bühne betritt. Donald Trump beobachtet die letzte Nacht des demokratischen Nationalkonvents, und sein lebendes Truding hat bereits einen Skandal verursacht. Donald Trump war genau nach der letzten Nacht des demokratischen Nationalkonvents, und seine lebende Trümmte in den sozialen Medien hat bereits Kontroversen ausgelöst. Der ehemalige Präsident hat diese Woche viele ergreifende Momente beim DNC verpasst, darunter Tim Walts 17-jähriger Sohn, der in Tränen zusammenbrach und Michelle Obama eine vernichtende Kritik von Trump liefert, als sich die Demokraten direkt in Bezug auf die Schlüsselpolitik bewegen. Er ist jedoch auf jeden Fall für das Hauptereignis am Donnerstagabend eingestellt, wobei Kamala Harris im Mittelpunkt steht. Trump hat ein Live-Play-By-Play über die soziale Wahrheit bereitgestellt, und sein erstes Ziel war der Demokrat-Senatorin Elisabeth Warren in Massachusetts. Er schrieb, Pocahontas spricht jetzt bei der DNC. Sie benutzte ihr falsches indisches Erbe, um das System zu betrügen. Ihre Mutter sagte ihr, sie habe hohe Wangenknochen, und deshalb war sie Inderin, die diesen Scherz für Bewerbungen überall nutzte. Es funktionierte, bis sie erwischt wurde. 10.024 Indianer, erinnerst du dich? Der Ex-Präsident hat eine langjährige Fede mit Warren, und dies ist nicht das erste Mal, dass er sie als Pocahontas bezeichnet. Die 78-Jährige hat Warren wiederholt über ihre Behauptungen der Herkunft der amerikanischen Ureinwohner verspottet. Während ihrer Lehrkarriere in den 80ern und 90ern informierte Warren Administratoren an der University of Pennsylvania und Harvard Law Schools, dass sie ein teilweise indianisches Erbe hatte und als Mitglied der amerikanischen Ureinwohner Amerikas aufgeführt wurde. Sie wurde jedoch beschuldigt, ihr Erbe für ihre Karriere zu nutzen, eine Tatsache, auf die Trump häufig hingewiesen hat. Trump schlug zuvor vor, dass er eine Million Dollar an eine Wohltätigkeitsorganisation der Wahl spenden würde, wenn Warren einen Test zur Validierung ihrer Abstammung durchführen würde. Im Jahr 2018 absolvierte Warren einen DNA-Test, der starke Beweise für bestimmte Herkunft der amerikanischen Ureinwohner zeigte. Während die überwiegende Mehrheit der Abstammung des Einzelnen europäisch ist, unterstützen die Ergebnisse die Existenz eines nicht atmigsten Vorfahren der amerikanischen Ureinwohner im Stammbaum des Individuums, wahrscheinlich im Bereich von vor sechs bis zehn Generationen, heißt es in der Analyse. Heute war Trump in Verlegenheit, nachdem er während eines Live-Interviews in Fox News fälschlicherweise behauptet hatte, dass Kamala Harris zuvor mit Wladimir Putin getroffen hatte. Momente nachdem Trump nach einem Interview mit Fox & Friends den Hörer aufgehängt hatte, bewegte sich Ko-Moderator Brian Kilmeade schnell, um den Rekord auf Harris aufzunehmen. Es ist das zweite Mal, dass Trump fälschlicherweise behauptet hat, dass Harris Putin Tage vor Russlands Invasion in die Ukraine getroffen hat, als er am Mittwoch bei einer Kundgebung in North Carolina einen ähnlichen Kommentar abgab. Trump behauptete, Biden hat geschickt, ich nenne ihren Genossen Kamala, schickte Genosse Kamala, um Putin drei Tage vor dem Angriff in Russland zu sehen. Sie ging, sie sagte, sie gab ihren Fall, er griff drei Tage später an. Kilmeade stellte den Rekord klar und sagte Sekunden, nachdem der Naturbeschwerte 2024 Kandidat aufgehängt hatte, nur als schnelle Klarstellung haben wir keine Bestätigung, dass der Vizepräsident nach Russland gegangen ist, um mich mit Wladimir Putin zu treffen.